Klaus wurde wegen seines Aussehens ständig von seinen Mitschülern gemobbt. Klaus war an einem Punkt angelangt, wo er sich umbringen wollte. Sein Vater bemerkte das und bot ihn Hilfe an. Sie beraten das in der Familie und kamen zu dem Beschluss, dass Klaus auf eine andere Schule gehen muss. Ich will sterben. Nein. Ich will auf eine neue Schule. Ich kläre das mit einer Lehrerin. Ich liebe meine neue Schule. Das freut mich. Mich auch.